Musik Kleine Teile, große Wirkung. Der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger wird mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Welche Bedeutung hat seine Forschung? Zu Gast im Studio ist der Physiker Florian Aigner. Ziel gerade. Fünf Tage sind es noch bis zur Bundespräsidentenwahl. Politikberater Thomas Hofer zieht Bilanz über den bisherigen Wahlkampf. Lob und Kritik gibt es für die Pensionserhöhung, die die Bundesregierung heute präsentiert hat. Man muss seinen Spinnereien ein bisschen vertrauen. Das sagt der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger, der seit heute Nobelpreisträger ist. Einen schönen Abend, ich begrüße Sie zur ZIB-Nacht. Zeilinger ist gemeinsam mit zwei Kollegen aus Frankreich und den USA ausgezeichnet worden. Für die vielen Jahre der Pionierarbeit in der Quanteninformation. Die Quantenphysik ist jene mysteriöse Welt der kleinsten uns bekannten Teilchen, die gerne dem Hausverstand widerspricht. Anton Zeilinger hat den Nobelpreis für Experimente mit verschränkten Photonen bekommen. Dabei geht es um den quantenphysikalischen Zustand, bei dem zwei örtlich getrennte Teilchen wie von Zauberhand miteinander verbunden bleiben und ihre physikalischen Eigenschaften teilen. Man muss sagen, dass Quantenphysik wahrscheinlich die am besten bestätigte mathematische Beschreibung der Natur ist, die wir haben. Es ist fantastisch genau und mathematisch wunderbar. Die Zukunft ist eine offene Frage. Also Technologie wird entwickelt, aber die Zukunft, was das wirklich bedeutet für unser Weltverständnis, das ist noch offen. Offen lässt Zeilinger im ZIP2-Interview, was er in Zukunft vorhat. Wir arbeiten an gewissen Dingen, die möchte ich nicht verraten, weil wenn ich das jetzt verrate, dann werden viele Kollegen sagen, das mache ich vielleicht auch. Die Verleihung des Nobelpreises findet am 10. Dezember in Stockholm statt. Ein Freudentag also für die Wissenschaft in Österreich. Zu Gast im Studio begrüße ich jetzt den Quantenphysiker Florian Aigner von der TU Wien. Einen schönen Abend. Guten Tag. Anton Zeilinger hat den Nobelpreis für seine Forschung im Bereich der Quantenverschränkung bekommen. Das ist vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen, aber wir wollen es natürlich trotzdem versuchen. Worum geht es da? Nun, wir machen das so einfach wie möglich. Ich habe hier zwei Schleifen, eine rot, eine blau und wenn ich die in zwei Kuverts packe und die ein bisschen durchmische, dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr, welche Schleife wo ist, aber ich weiß natürlich, ich habe einmal rot, einmal blau. Und wenn ich in das eine Kuvert reinschaue, dann weiß ich sofort natürlich auch, was im anderen Kuvert für eine Farbe drinnen ist. So weit, so normal. In der Quantenphysik ist es aber nun so, dass Quantenobjekte unterschiedliche Zustände gleichzeitig annehmen können. Ein Atom zum Beispiel kann sich gleichzeitig im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das heißt, wenn das ein Quantenteilchen wäre, dann könnte die Schleife gleichzeitig rot und blau sein. Das bedeutet nicht, dass ich die Farbe nicht kenne, sondern das Teilchen sozusagen kennt seinen Zustand selbst nicht. Die Natur kennt den Zustand selbst nicht. Das Universum hält diese Information nicht bereit. Erst wenn ich das Teilchen messe, erst wenn ich nachschaue, zwinge ich die Natur, sich festzulegen. Und dann kommt eins der möglichen Ergebnisse heraus, in diesem Fall blau. Wenn ich jetzt Quantenverschränkung habe, dann bedeutet das, ich habe zwei solche Teilchen, die sich in einem Überlagerungszustand befinden, die also rot und blau gleichzeitig sind. Aber weil ich Verschränkung habe, weiß ich immer noch, ich habe einmal rot, einmal blau. Und jetzt schieße ich das eine Teilchen weit weg, irgendwo hin. Das andere Teilchen bleibt bei mir. Und das messe ich jetzt. Und durch meine Messung, durch meine Beobachtung, zwinge ich das Teilchen jetzt sich festzulegen. In dem Fall blau. Vorher war es rot und blau gleichzeitig. Weil die beiden aber verschränkt sind, weiß ich jetzt auch, das andere ist jetzt rot. Das heißt, ich habe durch meine Messung hier bei diesem Teilchen auch den Zustand des anderen Teilchens festgelegt, das sich völlig woanders befindet. Und das ist das Verrückte an der Quantenverschränkung, dass wir durch eine Messung an einem Teilchen auch den Zustand eines anderen Teilchens festlegen, das sich am anderen Ende der Galaxie befinden kann. Und das war das, was Albert Einstein so gestört hat, was er nicht geglaubt hat. Albert Einstein hat gesagt, das kann nicht sein, das wäre eine spukhafte Fernwirkung. Aber Anton Zeilinger und andere Leute haben eben in Experimenten bewiesen, das kann tatsächlich sein. Die Quantenphysik ist tatsächlich so seltsam. Es drängt sich natürlich die Frage auf, was man damit in der Praxis machen kann. Zeilinger selbst hat heute die sogenannte Quantenkryptographie erwähnt. Welche Beispiele gibt es denn da? Nun, die Quantenkryptographie ist natürlich eine ganz klassische Anwendung von Quantenverschränkung. Da kann man es schaffen, einen Informationskanal aufzubauen zwischen Sender und Empfänger, der tatsächlich mit herkömmlichen Methoden nicht abgehört werden kann. Das ist natürlich toll für manche Anwendungen. Es fällt auch immer wieder der Begriff des Quantencomputers. Da passiert gerade recht viel. Man weiß noch nicht so recht, wohin die Reise geht. Aber Quantenverschränkung ist da auch ganz entscheidend. Und das geht hin bis zu Themen, die sich ein bisschen anders anfühlen. Zum Beispiel auch die Suche nach neuen Materialien mit ganz neuen Eigenschaften, wo auch Quantenverschränkungen zwischen Teilchen in diesen Materialien eine ganz wichtige Rolle spielen. Für all das braucht man zuerst mal ein fundamentales Wissen über die Grundlagen. Zeilinger wurde ja schon lange als Kandidat für den Nobelpreis gehandelt. Jetzt ist es soweit. Ist es so, dass die Quantenphysik in der Vergangenheit in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat? Ich glaube schon. Und es ist tatsächlich Österreich ein gutes Land für Quantenphysik. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Da gibt es einige Leute, die Großes geleistet haben. Und das ist ein Phänomen, das man in der Wissenschaft oft beobachtet. Dort, wo gute Leute sind, kommen auch gute Leute hinzu. Und da ist natürlich jetzt ein Schwung, den man auch ausnutzen sollte. Sie sind ja nicht nur als Physiker, sondern auch als Wissenschaftsjournalist tätig. Was bedeutet diese Auszeichnung denn generell für die Wissenschaft in Österreich? Das wird man sehen. Also ich hoffe natürlich, dass etwas mehr Enthusiasmus in der Bevölkerung vielleicht entfacht wird durch einen Nobelpreis. Österreich ist ja kein besonders wissenschaftsfreundliches Land. Das wissen wir leider auch aus Umfragen. Da gibt es viele Leute in Österreich, die sagen, Grundlagenforschung ist für mein Leben eigentlich nicht wichtig. Gibt es in Österreich mehr Leute, die das sagen als in anderen Ländern? Das ist natürlich ein Problem. Und vielleicht hilft es da, wenn wir sehen, es gibt in Österreich auch richtige Stars, die weltweit gefeiert werden, die auch den Nobelpreis gewinnen. Herr Dr. Aigner, vielen Dank für das Gespräch. Einen schönen Abend noch. Ich danke. Und damit zu einem anderen Thema und zwar zum Abschluss unserer Kandidatenportraits zur Bundespräsidentenwahl. Heute ist Amtsinhaber Alexander van der Bellen an der Reihe. Einer öffentlichen Diskussion mit seinen Herausforderern hat er sich bisher nicht gestellt. Die Wahl will er jedenfalls schon im ersten Wahlgang am Sonntag gewinnen. Weitere sechs Jahre in der Hofburg. Das ist van der Bellens großes Ziel. Wie schon seine beiden Amtsvorgänger Thomas Glästil und Heinz Fischer möchte van der Bellen wiedergewählt werden. Plan B gibt es nämlich keinen. Na, den gibt es wirklich nicht. Ich hoffe, dass am 9. Oktober Klarheit geschaffen wird. Und im allerschlimmsten Fall, wenn die Wählerinnen und Wähler diesen Wunsch mir nicht erfüllen wollen, dass sie es mir dann halt vier Wochen später erfüllen. Die Stichwahl vier Wochen später ist das große Ziel der sechs Herausforderer. Im Wahlkampf hat diese bereits viel Kritik an van der Bellen geäußert. Er würde beispielsweise zu viele Termine im Ausland wahrnehmen. Ich höre bei solchen Fragen den Vorwurf heraus, dass ich mein Amt wahrnehme. Ich bin amtierender Bundespräsident. Laut ExpertInnen spielt van der Bellen seinen Amtsinhaberbonus damit voll aus. Ebenso, dass er einer Fernsehdiskussion mit seinen Herausforderern bisher ferngeblieben ist. Mich mit den anderen Kandidaten öffentlich auseinanderzusetzen, halte ich nicht für notwendig. Mich kennt man. Über fünfeinhalb Jahre haben Sie, hat der ORF, haben alle Fernsehstationen dieses Landes und die sechs Kandidaten mich beobachten können. Jeder Wähler, jede Wählerin weiß, woran er oder sie mit mir ist. Aktuelle Umfragen sagen van der Bellen einen Sieg im ersten Wahlgang voraus. Ob diese stimmen, entscheidet sich am Wahlsonntag. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Politikberater Thomas Hofer. Einen schönen Abend. Schönen guten Abend. Herr Dr. Hofer, was waren denn bisher aus Ihrer Sicht die spannendsten Aspekte an diesem Wahlkampf? Nun, es war natürlich ein Match einer gegen viele. De facto, klarerweise stellt sich da Alexander van der Bellen quasi allein gegen das Chaos, zumindest aus seiner Sicht. Und dann, und das ist das wirklich Spannende, es geht nicht so sehr ursächlich um den Bundespräsidenten oder den Job des Bundespräsidenten, sondern natürlich auch um den Frust, den aktuellen in der Bevölkerung. Das heißt, alle anderen Kandidaten haben versucht, das sehr, sehr innenpolitisch, sehr, sehr tagespolitisch aufzudröseln, diesen Wahlkampf. Und das war sicherlich sehr spezifisch in diesem Bundespräsidentschaftswahlkampf, dass es eigentlich sehr stark auch um andere Themen, die uns alle eben beschäftigen, tagtäglich gegangen ist. Hat Sie denn da einer der Kandidaten in irgendeiner Art und Weise überrascht? An sich nicht wirklich. Man hat schon gesehen, wo das Potenzial liegt, dass zum Beispiel ein Gerald Groß da natürlich sehr, sehr gewandt ist in den sozialen Netzwerken, dass ein Dominik Vlasny durchaus in der Lage ist, potenziell auch über den Wahltag hinaus, schon mit Blick Richtung Nationalratswahl, da im linken Spektrum einiges zu sammeln. Also das ist schon spannend, eben durchaus auch vor dem Hintergrund, dass man das Gefühl hat, dass der eine oder andere vielleicht eine Art Testballon auch steigen lässt bei dieser Wahl und vielleicht schon ein bisschen einen Gedanken darauf verschwendet, ob er nicht dann doch in Richtung Nationalratswahl mit einer eigenen Gruppierung, wie auch immer, dann auch antreten könnte. Jetzt ist ja der Wahlkampf noch nicht vorbei. Fünf Tage sind es noch bis zur Wahl. Es stehen auch noch einige Interviews an, am Donnerstagabend zum Beispiel im ORF. Gibt es dafür, den einen oder anderen Kandidaten für diese Wahl jetzt noch was zu holen? Natürlich können da noch Dinge passieren, aber dass man da jetzt einen Sager loslässt oder eine Ankündigung, die jetzt hunderttausende Wählerinnen oder Wähler bewegt, das ist nicht anzunehmen. Was aber immer passieren kann, sind gewaltige Fehler, sind nämlich einfach Schnitzer. Und das muss man sagen, ist dem einen oder anderen Kandidaten natürlich auch passiert. Wenn ich zum Beispiel an die, die nicht so gut performen wie den Herrn Brunner denke, da ist das natürlich bislang schon suboptimal gelaufen. Die Umfragen sagen ja voraus, dass Van der Bellen einen Wahlsieg schon im ersten Wahlgang einfahren wird. Wie sehr ist denn das wirklich eine Gmade-Gliesen für ihn? Naja, man muss immer vorsichtig sein. Wir alle haben uns getäuscht beim ersten Wahlgang 2016. Nicht bei der Tatsache, dass Norbert Hofer für die FPÖ damals in eine Stichwahl kommen kann. Davon sind wir alle ausgegangen und sind auch alle Umfragen ausgegangen. Aber dass er diesen ersten Wahlgang deutlich mit relativer Mehrheit gewinnt, das hat eigentlich keiner so wirklich auf der Rechnung gehabt. Insofern muss man immer vorsichtig sein. Aber es ist schon richtig, der amtierende Bundespräsident hat natürlich da tatsächlich alle Chancen, dass er es schon im ersten Wahlgang schafft, auch wenn auf deutlich niedrigerem Niveau als so mancher Amtsvorgänger. Heinz Fischer hat 79 Prozent eingefahren, Thomas Glästil damals relativ schwache 63. Möglicherweise liegt es bei Van der Bellen noch einmal deutlich drunter. Aber es wäre schon eine Überraschung, müsste er tatsächlich in eine Stichwahl. Und eines ist auch klar, er könnte dann natürlich nicht mehr hergehen und sagen, gut, jetzt mache ich keine Duelle, ich halte mich raus quasi aus dem Intensivwahlkampf, den die anderen veranstalten. Das wäre dann natürlich im sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, sage ich noch einmal dazu, eine Stichwahl natürlich so nicht mehr möglich. Wir werden sehen, was am Sonntag herauskommt. Vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Sehr gerne. Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne haben sich auf Pensionserhöhungen fürs kommende Jahr geeinigt. Alle Pensionen steigen, wie gesetzlich vorgesehen, um mindestens 5,8 Prozent. Für 80 Prozent der Pensionisten und Pensionistinnen gibt es aber mehr Geld über eine Direktzahlung im März. Mindestpensionen etwa steigen um 10,2 Prozent. Das gibt Sozialminister Johannes Rauch heute bekannt. Das heißt, wir haben, meine ich, beides hinbekommen, sowohl eine sozial gerechte Anpassung der Pensionen, insbesondere bei den kleinen Pensionen, und auch die langfristige Verantwortung für das Pensionssystem wahrgenommen. Der ÖVP-Pensionistenbund zeigt sich einigermaßen zufrieden, anders das Pendant der Sozialdemokraten. Was jetzt vorliegt, ist außerordentlich kompliziert, ist nicht nachhaltig, ist im Übrigen unfair und darüber hinaus eine Mogelpackung sondergleichen. So der rote Pensionistenvertreter. Auch ein Elon Musk kann offenbar mal klein beigeben. Nach monatelangem Hickhack will der Milliardär jetzt doch den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen. Musk will den ursprünglich vereinbarten Kaufpreis von etwa 44 Milliarden US-Dollar bezahlen. Das bestätigte er in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht der USA. Im Juli hat Musk einen Rückzieher gemacht. Er hat Twitter vorgeworfen, die tatsächliche Zahl der Nutzer zu hoch zu beziffern. Kurz vor Beginn eines Gerichtsverfahrens gegen Twitter hat der Milliardär jetzt offenbar eingelenkt. Und wir werfen zum Schluss noch einen Blick aufs Wetter, das morgen recht sonnig wird. Der Frühnebel lockert bald auf. Im Tagesverlauf zeigen sich dann aber ausgedehnte Wolkenfelder am Himmel. Mit phönigem Südwind wird es deutlich milder. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 24 Grad. Und auch die folgenden Tage bringen ziemlich mildes Herbstwetter mit Nebel und Sonnenschein. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war die letzte Zipp des Tages. Haben Sie noch eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen.